Die Zitronen-Ziegen-Käse-Ravioli mit Himbeer-Balsamico-Reduktion sind ein Gedicht, göttlich, einfach, einfach der Wahnsinn. Sie sind der Wahnsinn. Finden Sie? Frau Klee, Sie sind ein wahnsinniger Gewinn. Nicht nur für den Fürstenhof sammeln. Es riecht hier ein wenig angebrannt. Was? Frau Klee? Es riecht hier ein wenig angebrannt. Es ist aber nichts passiert. Ja, aber beinahe. So richtig feine Sache sind Sie nicht, oder? Also zumindest in der Küche. Entschuldigung.